Wenn Sie über den Wirtschaftsstandort Bulgarien nachdenken, was fällt Ihnen als erstes ein? Vermutlich nicht Innovation, Entwicklung und Nachhaltigkeit. In den nächsten drei Minuten werden Sie aber am Beispiel von Todo und Markus erkennen, wie zutreffend diese Beschreibung ist und dass Bulgarien heute auch für Kreativität und Erfolg steht. Bis vor kurzem war Markus, ein deutscher Unternehmer, skeptisch. Expandieren nach Bulgarien? Das ist sicher kompliziert. Doch die AHK Bulgarien hat ihn vom Gegenteil überzeugt. Heute ist Bulgarien ein strategisch wichtiges Industrieland, auch durch seine geopolitische Lage. Bulgarien ist der Schnittpunkt zwischen Europa, Russland und Asien und nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt. Das Land entwickelt sich zum Global Player mit Investitionspotenzial, auch dank attraktivem Steuermodell. Die AHK Bulgarien ist für Markus fachkundiger Experte vor Ort. Mit ihrer Dienstleistungsabteilung und Servicemarke DE International hat Markus stets einen kompetenten Partner und Landeskenner an seiner Seite. Von der Recherche möglicher Geschäftspartner in Bulgarien, über den ersten Kontakt, der Organisation von Firmenbesuchen und deren Begleitung, bis zur Vereinbarung von Terminen bei Behörden steht die Qualität für DE International immer an erster Stelle. Markus ist nicht allein. Viele namhafte Unternehmen haben Bulgarien für sich entdeckt. Maschinenbau, Informationstechnik, Business Process Outsourcing, Elektronik und Elektrotechnik, Chemie und Landwirtschaft sind die von ausländischen Investoren meistgefragten Sektoren und bieten attraktive Möglichkeiten für Partnerschaften mit bulgarischen Unternehmen. DE International unterstützt Sie dabei, den richtigen Geschäftspartner zu finden. Deutsche Wertarbeit wird in Bulgarien hochgeschätzt und Kooperationen mit deutschen Firmen sind nach wie vor begehrt. Markus ist überzeugt, es lohnt sich nach Bulgarien zu expandieren. So freut es ihn umso mehr, als er kurz darauf von DE International den Kontakt zu Todor vermittelt bekommt. Und dank der warmherzigen Kultur in Bulgarien ist das Eis sofort gebrochen. Verständigungsprobleme? Dank DE International in Bulgarien kennen Todor und Markus so etwas nicht. Man könnte fast meinen, sie sprechen eine Sprache. DE International – die Servicemarke der AHK Bulgarien. Sprechen Sie uns einfach an. bulgarien.ahk.de Dienstleistungen zuletzt cephar. Wir sind sicher, dass wir alles für viele Eurente auskommen. irologisch...